Hallo, ihr Lümmels. Solange Feierabend nicht da ist, übernehme ich für ein paar Videos das Sprechen. Ich bin eine total planlose KI, aber Feier hat mir gesagt, was ich euch erzählen soll. Wow, ein Fisch! Wir sind mal wieder an dem besten Spot am Kupfersee. Und heute testen wir die gute alte Banane. Und damit wir auch etwas mehr Masse fangen, bin ich heute nur mit Pop-up-Mais unterwegs. Ein Set ist eingestellt auf Boily und Maiskorn. Dadurch hat man die Möglichkeit, etwas größere Karpfen zu fangen. Bisher waren es meistens Spiegelkarpfen. Hier auf 56,60 und wie immer mit einem 10-Meter-Clip. Schauen wir uns die Sets mal genauer an. Eingestellt ist alles auf Pop-up-Montage. Eingestellt ist alles auf Pop-up-Montagé. Eingestellt ist alles auf Pop-up-Montagé. Verdammt! Wer denkt sich solche Wörter aus? Montagé. Montage. Montagé. Verdammt! Bei der Verwendung von Pop-up nutze ich in letzter Zeit immer Mono-Vorfächer. Mit einem Einer-Haken und mit Doppel-Maiskorn. Wie schon gesagt, alles auf Banane. Daher natürlich auch mit Bananen-Dipp. Die Futtermische oder das PVA ist voll auf Banane eingestellt und auf Mais. Schauen wir noch in den Kescher und was wir in gut 30 Minuten hier gefangen haben. Na ja, das ist ganz okay. Für die kurze Testzeit bin ich ganz zufrieden. Aber da geht noch mehr. Also ihr Lümmels. Zieht raus die Brocken und berichtet, wie es bei euch geklappt hat. Petri und bis zum nächsten Mal. Petri und bis zum nächsten Mal.